Sommerreis mit Aubergine Zutatenteil 1 Aubergine möglichst ohne Kerne, ca. 200 g, 1 Tasse Tomatenfruchtfleisch, ca. 150 g, oder das Fleisch von 2 kleinen Tomaten, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Prisen Thymian frisch oder tiefgekühlt, 1 Zweig frischer oder tiefgekühlter Basilikum, 250 g gekochter Reisrezept Zubereitung, 15 Minuten, Kochzeit doppelpunkt 10 Minuten. Waschen Sie die Aubergine und schneiden Sie beide Enden ab. Schälen Sie mit einem Sparschäler das gröbste der Schale ab. Schneiden Sie die Aubergine in kleine Stücke und garen Sie diese in Dampf. Nach Beendigung des Garprozesses geben Sie die Aubergine, das Tomatenfruchtfleisch, das Olivenöl und die Kräuter in den Mixerbehälter. Mixen Sie das Ganze. Vermischen Sie einige Löffel der Zubereitung mit einer kleinen Tasse Reis. Das Baby kann dieses Gericht warm oder lauwarm essen. Und noch eine kleine Idee dieses Rezept kann das ganze Jahr über zubereitet werden. Im Sommer mit Umgebungstemperatur und im Winter aufgewärmt. Trauen Sie sich. Mixen Sie das Auberginenpüree mit den Blättern von einem Zweig frischer Minze. Dadurch wird Ihr Püree aufgefrischt.